Willkommen zu meinem allerersten Let's Play und hallo zu Crafty World. Crafty World ist ein Strategie-Sendbox-Game, in dem man seine Zwerge in der Gegend herumscheucht und sie Bäume fällen lässt, Erde abbauen lässt, Tunnel graben, Tiere jagen und so weiter. Ich denke, wir fangen einfach mal an, bevor ich noch mehr labere. Kundenspezifiertes Spiel, Größe natürlich groß, Wettereignöse häufig, Altwelt, Sandkasten, Spielweise normal, Schwierigkeitsgrad. Ich nehme einfach mal Albtraum. Congratulations, we did it. We opened an ancient portal to this new world. Okay, ihr habt ein neues Portal zu dieser Welt eröffnet. Schön für euch. Erstmal ein paar Bäume fällen, während er das macht, senden wir uns ein bisschen um. So wie die Welt so aussieht. Mehr Stein wäre nicht schlecht. Und hier haben wir Stein. Viel Stein. Gut. Dann zurück zu unserem Zwergchen, wenn ich den finde. Da. Haki, Haki, Haki. Und ein Messer. Ich brauche Stein. Herte zwei, zwei, drei Zwerg. Nochmal Holz. Kein Stein. Eine Steinachst. Sehr gut. Hier haben wir einen Punk. Und dann gehen wir mal nach unten. Da geht nicht. Da geht. Dann machen wir hier. Ich habe es schon ein bisschen gespielt, deshalb weiß ich auch, wie man eine Leiter baut. Machen wir da mal ein paar. Und warten ab. Bis sie endlich soweit sind. Ein Rezept, eine Fackel. Käferchen. Die machen auch nicht Schaden auf Halbraum. Ich habe es nur noch auf normal bisher gespielt. Eine Schleimfackel. Passt perfekt. Sechs Stück. Okay, dann gehen wir hier rüber. Ein kleines Schlafgemach. Für die kleinen Zwergchen. Was habe ich denn? Erde kommt da hin. Holz, Blätter, Arz, Rote Diamant, Weizenkorn. Totem brauche ich auch gleich für die Hütte. Sonst können die armen Zwergchen ja nicht schlafen. Portalsaube kommt da hin. Nahrung. Dann könnte ich gleich... ...nen Obstsalat machen. Falsch. Oder? Heißt doch, Wort. Obstsalat. Ähm. Keine Ahnung. Gemischter Salat. Okay. Bisschen warten, bis die es endlich hinbekommen haben. Ich spiel bisschen vor. Spul bisschen vor. Ja. Macht. Mal weiter. Das macht der ja. Hallo, es grabt. Braucht ne Tür. Wie geht die? Ähm. Keine Ahnung. Holz, 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 Holz. Da machen wir die Beeren auch noch weg. Ein neues Rezept für Glas. Okay. Level 3. Graupilz, Nadelkristall und natürlich nen Neunzwerg. Schreinerlehrbuch. Rezept für einfaches Bett. Okay. Kann ich da rüber? Hm. Ich gehe da rüber. und da rüber. Eindeutig Stein. Dann kommt ne Höhle. Da gibt's noch Stein. Machen wir mal hier ein Portal hin. Neues Rezept für Blätterbett. Und dann setzen wir den Stein hier. Mach das weg. Brauche ne Fackel. Holz und Haus. Kommt dahin. Das kommt mal dahin. Und leider kommt dahin. Wieder ein Rezept für Tisch. Sehr gut. Gegrilltes Fleisch. Fackeln. Ach. Da passen. Da passen. Da passen keine hin. Hier. Und hier, wenn die so weit sind. Eins, zwei, drei. Ja. Drei Bitten passen rein. Hier noch ein Rezept für gegrilltes Fleisch. Baumfällen. Dann kommen die Farbe hier hin. Ich mache die Fackel weg. Da eine hin und da passt. Schluss. Dafür brauche ich Eisen. Ist noch nicht. Dann kommt das Ding hier hin. Ich brauche eindeutig das Ding in die LQ. Eine. Einsetzen. Das dachte ich mir im Besichtbau. Die Nächte werden lang. Viel zu lang. Nur noch einer. Wer überlebt hat. Wie soll's. Zwei Stück. Machen wir gleich noch eine Keule. Drei Stück. So. Ähm. Lebt jetzt keiner mehr. Nein. Da haben wir wieder einen. Ausrüsten. Keule. Und. Holz habe ich jetzt überhaupt keins mehr. Komm. Mach hinne. Auf was wartet der? Weizen. Weizen. Komm. Mach das mal hin. Die Betten. Eins. Äh. Geh nicht. Eins. Auf nicht. Eins. Ich hasse es auch wieder nicht. Hm. Na ja. Okay. Dann kann ich mir auch gleich das Steinchen wegmachen. Dann kommt hier noch darüber. Das geht auch weg. 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 Und nach unten geht's jetzt natürlich nicht. Ein Stein. Silber und Mithril. Und dann nah ins Werk. Ausrüsten. Schon. Schon. So. Vor schlecht. Gut. Erkampfbuch, Bretter, Rezept. Da gibt's Steigen. Neues Rezept für einen großen Stuhl. Das können wir hier auch ersetzen. Das wegmachen. Können wir jetzt da runter. Nein. Wir haben auch noch zu viel Wasser. Mach das auch gleich weg. Also das Rezept für Holzhelm. Ähm. Ich warte, bis es mehr Holz gibt. Ja, wie kommt er das hin? Gebraucht schön noch das. Ausrüsten. So. Neue Fackel. Da hin. Und. Ja. Gibt's da anheimlich Hochwasser. Ist nicht gerade gut. Aber. Ich mach einfach das weg. Und das weg. Das Portal. Und das auch gleich weg. Und es wird schon wieder Nacht. Ist auch alles weg. Ein. So. Ich sollte erstmal das da drüben wegmachen. Ich sollte erstmal das da drüben wegmachen. Rezept für Holzsperre. Holzsperren verzögern und beschädigen die angreifenden Monster. So. Vielleicht sollte ich das mal machen. Aber. Dann kommt das hier hin. Hier hin. Und. Hier hin. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Da setzen wir noch eine Erde hin, eine Holzsperre, eine Erde, das Rezept, magisches Licht, ok. Aber, da kann ich noch nicht, da hin, gut, da kommen schon wieder die kleinen Skelettchen, und man soll da doch rennen. Hm, gut zu wissen. Hm, das Zeig müsste ich öfter bauen. Habt ihr das jetzt weg? Ja, das ist auch alles, gut. Dann machen wir, geht mal da hin, und eins, zwei, drei, hier. Neue Höhle. Ja, das war falsch, eins, zwei, drei, da muss hier eins hin. Ah, ne, das war weg. Der Befünftmarzwerk, großer Diamant und Wasser. Ein Jagdbuch und ein Todwerker. Das können wir jetzt noch machen. Dann brauche ich wieder Betten. Und ich mache hier und so. Lager. Einfaches Bett, Holz, da hin. Zeichen. Und da eins hin, eins hin, da eins hin. Tische brauchen wir. Tisch, 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 Tisch. Da. Kreuz. Machen wir zwei. Ein hin und da ein hin. Kommt das mal weg, das weg, das weg, das weg. Und das brauche ich noch. Knochen haben wir. Bretter, Glas, Schloss, großer Stuhl, Blätterbett, kaltes Fleisch und Beer. Machen wir gleich noch so eins. Einmal. Und Steak geht noch nicht. Honig. Anzapfen. Nährwert eins. Essen platzieren. Das ist mir doch eh nichts. Ich stehe auch nicht gleich wieder. Einer tot. Zweier tot. Er klaut was. Er klaut was. Das mal weg. Und. Auch Kleidern. Eine hin und eine hin. Drei tot. Gut. Das muss weg. Sorry. Das muss auch weg. Schlafen noch. Schlafen noch. Da auch noch eine Weile. Okay. Das kommt dann auch weg. Sobald die wieder... ...da sind. da hätte ich das Portal gar nicht hinsetzen proben. Mit Haar konnte man nach Hause. Okay. Ich habe jetzt fünf Betten. Ich kann hier da runter. da. Bitte noch ein bisschen. Ja. Obwohl. Es ist weg. Gehen darüber. Bis... hier. Und da hoch. Mach ich das jetzt so und dann so? Genau. Oder nein, doch nicht. Ich werde sowieso irgendwann da oben ein Käuschen hinsetzen. Was macht der? Und was können ich noch machen? Habt ihr alle? Okay. Ich brauche eindeutig Stein habe ich. Okay. Holzfeld. Mach mal den da weg. Ausrüstung. Bekommt alle meine Axt. Ich mach mal den Knüppel ab. Da müsste auch noch eine Faggel hin. Aber ich mach das sowieso zu. Rezept für Spitzhacke. Okay. Wie viel Holz habe ich da? Stein. Ausrüsten. So. Und was könnte noch gemacht werden? Hier nochmal ein Portal hin. Und... Holz brauche ich auf jeden Fall. Den Teich lege ich trocken. Das Wasser erst weg müsste. Mach das hier vollends weg. Schön arbeiten. Da gibt es wieder einen neuen Zwerg. Hier kann Erde hin. Genau so wie da. Jetzt. Jetzt weiter. Ein Rezept für eine einfache Mütze. Das kann weg. Und... Ja. Raus. Kann hier auch was hin. Sobald ich da runter kann, geht es da rüber. Da machen wir hier eins hin und hier eins. Das war die erste Folge. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.